herzlich willkommen zurück an der stelle wo wir aufgehört haben wir machen auch direkt weiter nicht dass wir irgendwie noch länger warten müssen wir brauchen einen schlüssel was ist hier jeder komme nicht durch wir können das einige raus ziehen dann ziehen wir das hier mal raus so dann gehen wir mal rein hier das muss doch stinken bei der leichte so wir müssen einen schlüssel holen ist ja nicht hier oder so da ist der schlüssel okay ich glaube ich weiß wie ich weiß wie so so Ein bisschen blöder, auf den Leichen rum zu tanzen. So, jetzt sind wir hier. Müssten wir hier rüber. Okay, das haben wir. Jetzt müssen wir heute hier drauf. Alles klar. Dann mal hoch. So, da haben wir dann einen Schlüssel. Aber das ist so gut, dass er die Schlüssel einpackt. Und das, wenn wir so die Schlüssel rumlaufen müssen. Das war am ersten Teil schon ziemlich bekloppt. Das ist sehr bekloppt. Das war schon nicht einfach, mit der Schlüssel da rumzulaufen. Wäre es noch gewesen, wenn die Schlüssel da noch in die Hand genommen hätten, noch was anderes hingelegt hätten. Das wäre noch krass gewesen. Aber wir sehen, vielleicht kommt ja noch ein Teil. Ich weiß, bis jetzt noch nichts. Hier, wir müssen nach oben. Okay. Ja, das sieht mich schon hier so sehr merkwürdig aus. Deswegen. Ach, was mache ich da? Bespringe ich? Ja, okay. Alles klar. Wir müssen... Boah. Wo springst du wieder runter? Wieso ist das so schnell? Boah, das war knapp. Okay. Alles klar. Hier rein. Okay. Mal sehen, wo wir jetzt hier sind. Ich hoffe jetzt nicht, dass noch irgendwas Stimmes kommt. Ich will albern raus zum Krankenhaus raus. Ach, nee. Was ahnt mir nix Gutes? Was ahnt mir nix Gutes? Och, nee. Ich hab's gewusst. Geben wir mal da hinten rein. Was ahnt mir so was? Und da ist die. Ich hab's gewusst. Was ist hier? Was haben wir hier? Komm ich dann nix raus? So wieder. Äh, wie soll ich da dran kommen? Okay. Alles klar. Wir besuchen's. Aber sind die jetzt hier oben? Ah, okay. Ich denke mal, dass wir hier dran springen müssen. Ich denke mal, Ich hoffe, dass der nicht wieder rauskommt. Oh. Okay, okay. Wir haben es geschafft, so es aussieht. Sehr gut. Und hier durch. Ich habe echt ein blödes Gefühl. Bei den Typen. No. 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 Shit. Jetzt habe ich auf den Kleinen geachtet. Nicht auf mich. Ach, nee. So. So. No. No. Aua. Das tat weh. Das tat weh. Das tat weh. Das tat weh. Okay, 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 okay. Ich sehe nichts. Ich muss, wo ich landen muss. Alles quickly. Gleichzeitig. 切 die Taschenlampe an. Aber so hat er die Taschenlampe an. Komm, schnell. Macht das Ding auf. Hä? Was war das denn jetzt? Bin ich jetzt gestorben? Das war jetzt sehr komisch. Das war jetzt sehr, sehr komisch. So, ich muss jetzt hier rein. Mach auf. Hä? Achso, muss ich das eine selber aufmachen? Vielleicht. Okay. War ein bisschen sehr merkwürdig. Dass ich die eine Seite vielleicht selber aufmachen muss. Okay. War richtig. Lass ihn brennen. Lass ihn brennen. Ja, einfach mal so die Hände werben. Ja, alles klar. Mich würde eher stören, dass... ...dass der Geruch so ekelhaft ist. Aber egal. Komm her. Okay. Ich will das loslassen? Ja. Aber so, wir haben den schon mal von der Backe. Sehr gut. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Sehen Sie, wie es weitergeht. So, wo sind wir jetzt? Hoffentlich Freiheit. So, okay. Wo sind wir jetzt hier? Oh, will ich keine... Okay, da sind wieder Puppen. Okay, da sagt... ...nix Gutes. Wir sind raus. Wir sind raus. Wir sind raus. Wir sind raus. Sehr gut. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist sehr nice. Immer auf ein bisschen rennen. So. Was kommt denn jetzt? Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ne. Das ist... ...gatschen die Leute runter. Oh, ne, ne, ne. Oh, ei, oh, ei. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn jetzt hier? Um was geht's jetzt hier? Ich bin gespannt. Boah, ich kräg mich doch nicht so. Oh, ich kräg mich doch nicht so. Das ist doch bekloppt. Leute sind verrückt. Ach, ne. Oh wei. Okay. Die Leute sind ausgeflippt hier. Alles klar. Das sagt mir schon mal alles. Wir müssen eher hier rüber. Das ist das einzig, was auf ist. So. Alles klar. Aber wir haben einen guten Fortschritt jetzt wieder erreicht. Also ich bin sehr nice. Ähm. Oh Gott. Ja, ich... Um die machen wir mal Abstand von denen. Mach noch mehr auf. Oh, wei, wei. Ja, ich glaub, die guckt... ...ziemlich viel oft. Mal so ein Wine oder was. Oder Netflix. So ein Fernsehsüchtig hier sowieso aussieht. So. Jüngischchen, komm mal her. Und es mir helfen. Alles klar. Oh ne. Der ist jetzt hier am Baden, oder was? Irgendwas machen. Mir scheint so nicht, dass wir hier was machen müssen. Okay, dann weiter. Ich wollte schon sagen, kommt ja jetzt nicht der hier. Okay. So, es wird ja gespeichert. Äh, alles klar. Okay, ich stürze direkt mal ab. Alles klar. Das ist glaubt jetzt alles nur schön reibungslos. Aber, naja. Abstürzen ist ja immer mal drin, ne? Äh, so. Wo springst du denn jetzt? Von da springst du. Dann spring ich die Woche hier. Okay. Okay. Okay, jetzt geht nach oben. Alles klar. Ähm, ja. Äh, wo haben wir denn jetzt? Okay, das geht nicht. Äh, was machen wir denn da? Äh. Warten mal. Wer muss dich da eigentlich dran hängen? Warten mal. Ich häng mich jetzt hier dran. Äh, äh. Okay, ich hab das dumm Gefühl, dass ich da rausspringen muss. Geht gar nicht, okay? Äh, alles klar. Warten mal. Jetzt bin ich hier grad ein bisschen perplex. Komm nirgends wo hin. Okay. Äh, ja. Nicht raus. So, wo müssen denn dahin? Komm ich dann wieder auf die andere Seite. Komm. Ach so, warum haben wir da kann ich springen? Ja, genau. Und darüber kann ich springen. Das ist ja eine Möglichkeit. Genau, hier hin. Alles klar. Warte mal, mal hier hoch. So, wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Okay, wir gehen hoch. Was kommt denn jetzt? Das ist schön. Das sieht ein bisschen sehr ruhig aus hier. Was haben wir hier? Äh. Nichts. Irgendwas. Ach, da ist er doch. Oh. Danke. Oh, das ist die Frage. Guck mal hier hin. Guck mal hier hin. Lass mir hier den Hebel drücken, ja? Irgendwie passiert hier nichts. Okay. Warte mal. Hier müssen wir drauf. Okay. Okay. Wir haben es. Okay. Okay, der ist nicht mitgekommen. Okay. Mach ich alleine. Kommst gleich schon, oder? Okay. Das geht nicht. Äh. Wir kommen doch von da, ne? Ah. Ich glaube, ich verstehe. Warte mal, erst mal den Hebel hier. Erst mal den Hebel hier. Oder? Warte mal, nee. Warte mal, erst mal den Hebel. So. Alles klar. Ja, ich komme ja schon. Alles gut. So, jetzt müssen wir drauf spielen, glaube ich. Oh, Leute, wir sind ja an der Zeit schon wieder erreicht. Und wenn es ausgefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen rum. Oder schreibt mir einen Kommentar. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.